Der SC Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Das Topspiel zum 17. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022-23. Der zweite gegen den vierten. Zwei punktgleiche Teams. Was will man bitte mehr? Mit Blick auf den vergangenen Spieltag haben vor allem die Freiburger richtig was wieder gut zu machen. Die 0 zu 6 Niederlage beim VfL Wolfsburg war die wohl mit Abstand schlechteste Leistung, die der SC in der laufenden Saison abgeliefert hat. Und das dann auch noch zum Auftakt der zweiten Hälfte der Bundesliga. Die Frankfurter auf der anderen Seite haben da mit dem 3 zu 0 gegen Schalke einen deutlich besseren Start erwischt. Dennoch muss man hier aus Sicht der SGE vorsichtig sein. Das letzte Ergebnis der Freiburger sollte nicht darüber hinwegtäuschen, welch unfassbar starke Saison Freiburg bis hierhin gespielt hat. Von daher würde ich die Partie gegen Wolfsburg nicht als Maßstab nehmen. So ein Ausrutscher, auch wenn dieser extrem krass war, kann schon mal passieren. Dennoch wird es natürlich spannend sein zu sehen, wie sich Freiburg nur wenige Tage später präsentieren wird. Kommt es zu einer, wie man so schön sagt, Reaktion oder wird man zum Auftakt vielleicht sogar ein wenig durchgereicht? Wir werden es in jedem Fall erleben. Die für mich größte Frage ist aber folgende. Schafft es Eintracht Frankfurt den zweiten Platz zu verteidigen, um nach diesem Spiel als Bayernjäger Nummer 1 zum Rekordmeister zu fahren? Die einfachste Antwort wäre wohl, ja klar, mit einem Sieg. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn auf das Ergebnis gegen Schalke darf man sich definitiv nicht ausruhen. Natürlich, die individuelle Qualität ist zwar da und kann Spiele entscheiden. Aber ab jetzt gilt es auch, sowohl spielerisch als auch kämpferisch wieder eine Schippe draufzulegen. Wichtig wird dabei sein, sich aus Frankfurters Sicht nicht vom letzten Ergebnis des SC blenden zu lassen. Insgesamt könnte man es wie folgt ausdrücken. Den eigenen Sieg nicht zu hoch hängen und die Niederlage des Gegners nicht zu tief. Ich meine, die Freiburger zählen immer noch zu den heimstärksten Teams der Liga. Besonders spannend wird dann gleichzeitig aber auch die Tatsache, dass die SGE hinter den Bayern das auswärtsstärkste Team bis dato darstellt. Und jetzt mal ganz im Ernst. Bei diesen Vorzeichen dürfen wir hier gut und gerne ein Top-Spiel auf Augenhöhe erwarten. Was die generellen Möglichkeiten im Kader und die Qualität angeht, sehe ich hier allerdings die Eintracht leicht favorisiert. Alles in allem gehe ich Stand jetzt davon aus, dass diese Partie durch Kleinigkeiten entschieden wird. Ein höherer Sieg für eine der beiden Mannschaften ist natürlich nicht völlig ausgeschlossen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir hier eine umkämpfte Partie erleben werden. Ich bin absolut überzeugt davon, dass gerade die Spieler des SC Freiburg sich bei der Ehre gepackt fühlen und hier alles reinhauen werden. Also ich zumindest würde so ein 0 zu 6 nicht so einfach auf mir sitzen lassen. Von daher sollte die SGE hier auf jeden Fall gewarnt sein. Naja, zumindest mal in der Simulation hat Eintracht Frankfurt ein Ausrufezeichen setzen können und die Freiburger mit 3 zu 1 geschlagen. Ich persönlich denke aber wie gesagt, dass dieses Spiel etwas enger als in der Simulation werden wird. Aber einen Sieg der Eintracht kann ich mir grundsätzlich gut vorstellen. An der Stelle jetzt die Frage an euch. Bleibt Eintracht Frankfurt weiter erster Bayern-Verfolger oder wird man in Freiburg einen Rückschlag hinnehmen müssen? Schreibt mir gerne mal eure Prognosen in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr bei einem Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball.